Im Jahr 1990 hat Charlie Manger gesagt, die ersten 100.000 Euro sind eine harte Nuss, aber du musst es schaffen. Es ist mir egal, was du tun musst, wenn es bedeutet, zu Fuß zu gehen und nichts zu essen, was du nicht mit einem Gutschein gekauft hast, finde einen Weg, um die ersten 100.000 Dollar zu bekommen. Danach kannst du etwas vom Gaspedal runtergehen. Wir wollen uns in diesem Video einfach mal mit dieser Thematik beschäftigen und gucken, ob da was dran ist, dass der Vermögensaufbau nach den ersten 100.000 wirklich so viel leichter wird. Und wenn es so ist, was sind die Gründe dafür? Wie im Intro schon angekündigt, wird es in diesem Video darum gehen, warum die ersten 100.000 Euro so wichtig sind und warum sich das jeder als Ziel setzen sollte, diese so schnell wie möglich zu erreichen. Um das erstmal zu verstehen, beschäftigen wir uns erstmal mit der Thematik, warum sind denn 100.000 Euro so wichtig. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich Kapital gut skalieren lässt. Was meine ich mit dieser Aussage? Dafür mache ich hier mal ein Beispiel. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man 100 Euro nimmt und diese zu 10% im Jahr anlegt, dann würde das bedeuten, dass man halt in einem Jahr 10 Euro Rendite damit erwirtschaftet. Das ist jetzt erstmal keine große Summe, das ist jetzt kein Betrag, der das Leben verändert. Ich denke, da werdet ihr mir auch zustimmen. Anders sieht das Ganze aber aus, wenn man 100.000 Euro zu 10% anlegt, dann sind das immerhin schon 10.000 Euro, die wir an Verzinsungen in einem Jahr erhalten. Und das ist für viele sicherlich schon ein Betrag, der sich auch bemerkbar macht im Alltag. Wenn man sich vorstellt, dass man zusätzlich nochmal 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung hat. Und das meine ich damit, Kapital lässt sich eben gut skalieren. Desto mehr Geld ich habe, umso mehr kann ich damit auch verdienen. Man braucht Geld, um Geld zu machen. Es gibt auch ein anderes spannendes Zitat von Charlie Munger, da gibt es wirklich viele spannende, das möchte ich hier auch nochmal vorstellen. Er sagt auch, Vermögensaufbau ist wie ein Schneeball, der einen Berg runterrollt. Was meint er damit? Also wie ist das zu verstehen? Ich finde nämlich, das ist eine sehr schöne Metapher, die er hier gewählt hat. Ich versuche das jetzt hier auch mal in Zahlen für euch zu erklären. Nehmen wir nochmal hier das Beispiel. Wir haben wieder 100.000 Euro. Unser Ziel ist es, 100.000 Euro zu erreichen und wir sparen pro Jahr 10.000 Euro. Das ist unsere jährliche Sparquote. Und diese legen wir zu 7% im Jahr an. Das ist so dieser durchschnittliche Erwartungswert, wenn man jetzt zum Beispiel ein ETF wie den MSCI World bespart. Da rechnet man langfristig irgendwo mit einer Rendite so zwischen 6 und 8%. Ich habe mich jetzt hier für das Beispiel mal für 7% entschieden. Also wirklich einfach eine langfristige Anlage am Aktienmarkt. So, wir haben jetzt 10.000 Euro, die wir im Jahr sparen, legen diese zu 7% im Jahr an. Wie lange dauert es, bis wir die ersten 100.000 Euro erreichen? Ich habe das Ganze für euch ausgerechnet und es dauert 7,44 Jahre, die ersten 100.000 Euro zu erreichen. So, jetzt könnte man davon ausgehen, um die erste Million zu erreichen, würde es dementsprechend so circa 74 Jahre dauern, wenn man die 7,4 Jahre mal 10 multipliziert. Aber ist das wirklich so? Nein, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das geht deutlich schneller. Und das wird auch deutlich, wenn wir uns angucken, wie lange dauert es denn jetzt, die nächsten 100.000 Euro zu erwirtschaften. Also von 100.000 den Sprung auf 200.000 Euro zu machen. Bis wir 200.000 Euro erreicht haben, wieder mit 10.000 Euro Sparrate pro Jahr und 7% verzinslicher Anlage, dann dauert es 12,36 Jahre. Das bedeutet, von 100.000 auf 200.000 hat es jetzt nur noch 4,92 Jahre gedauert. Also da hatten wir schon wirklich eine Verkürzung der Zeit. Die ersten 100.000 7,44 Jahre, jetzt nur noch 4,92 Jahre. Wie lange dauert es, bis man die ersten 500.000 erwirtschaftet hat? Da dauert es insgesamt 21,45 Jahre. Ich schlüssele das jetzt hier auch nochmal für euch auf, damit das hier nochmal ganz klar wird, wie groß dieser Effekt von dem sogenannten Zinseszinseffekt ist. Für die ersten 100.000, wie gesagt, 7,44 Jahre brauchen wir da. Für die nächsten 100.000 4,92 Jahre. Um dann von 200.000 auf 300.000 zu kommen, brauchen wir nur noch 3,69 Jahre. Von 300.000 auf 400.000 nur noch 2,95 Jahre. Von 400.000 auf 500.000 2,45 Jahre. Ihr seht, es wird hier immer kleiner die Anzahl der Zeit, die wir benötigen, um den nächsten Schritt zu machen. 600.000, 2,11, 700.000, 1,84 und so weiter und so fort. Und die letzten 100.000 brauchen nur noch 1,34 Jahre. Bis wir in diesem Rechenbeispiel die erste Million erreicht haben, dauert es insgesamt circa 30 Jahre. Nicht die 74 Jahre, die man fälschlicherweise vielleicht am Anfang noch vermutet hat. Und das ist halt eben dieser Zinseszinseffekt. Und man sieht, wenn man erstmal Kapital hat, dann arbeitet dieses Kapital halt einfach für einen. Und irgendwann ist die Verzinsung, die man erreicht hat, auch noch größer als die eigentliche Sparquote. Wenn wir jetzt eine Million haben und darauf 7% machen, sind das 70.000 Euro im Jahr. Und wir sparen nur 10.000 Euro im Jahr. Das heißt, wir haben siebenmal so viel Rendite erwirtschaftet, als unsere eigentliche Sparquote, die aus unserer Arbeitskraft resultiert. Und das ist hier dieser Schneeball-Effekt, den Charlie Munger hier so schön mit der Metapher beschrieben hat. Wenn man sich das Ganze jetzt auch nochmal prozentual anguckt, wie viel Prozent der Zeit brauchen wir dann, bis wir die 100.000 Euro erreicht haben? Also hier ist das jetzt mal so aufgeschlüsselt. Wir brauchen halt insgesamt 30 Jahre, wie gesagt, um die erste Million zu erreichen. Und davon brauchen wir insgesamt 24,8% der Zeit, nur um die ersten 100.000 zu erreichen. Die restlichen 900.000, also der viel, viel größere Teil, dafür brauchen wir dann, in Anführungsstrichen, nur noch 75,2%. Also auch das veranschaulicht das hier nochmal ganz gut, dass diese ersten 100.000 halt wirklich sehr, sehr anstrengend sind. Das hat Charlie Munger ja auch gesagt in seinem Zitat, die ersten 100.000 sind eine Bitch, aber man muss es halt einfach machen. Und die sind halt hart, da muss man auch Wege einschlagen, um das zu erreichen. Und da möchte ich jetzt auch drauf eingehen. Wenn man das Ganze halt schnell erreichen möchte, man möchte das vielleicht jetzt nicht, dass das 7,4 Jahre dauert, bis man die ersten 100.000 Euro hat, welche Möglichkeiten gibt es? Also es gibt halt drei logische Schlussfolgerungen, die man hier treffen kann. Das erste ist, man müsste halt einfach zum Beispiel mehr verdienen. Da muss man halt gucken, ob es da Möglichkeiten gibt, die man auch wirklich für sich so im Alltag implementieren kann. Ist es vielleicht sowas wie nochmal eine Fortbildung, wenn man schon länger keine mehr gemacht hat, die einem vielleicht dabei hilft, nochmal in der Position, in seinem derzeitigen Beruf aufzusteigen. Oder wenn das keine Möglichkeit gibt, in seinem derzeitigen Beruf aufzusteigen, vielleicht müsste man dann nochmal den Job wechseln, wenn einem das wirklich ernst ist, dieses Thema, dieses Ziel schnell zu erreichen. Oder wenn man seinen Job mag, dass man vielleicht noch versucht, ein Nebeneinkommen sich aufzubauen, indem man halt privat noch eine Selbstständigkeit startet. Also das ist halt so dieser erste Baustein, an den man rangehen kann, sein Einkommen einfach zu erhöhen. Auf der anderen Seite, wenn man sein Einkommen jetzt nicht erhöhen kann, weil es gerade vielleicht die Lebenssituation nicht hergibt, wobei ich denke, da gibt es immer Wege, das zu erreichen. Aber wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu schwierig, da jetzt irgendwie mein Einkommen zu erhöhen, das halte ich gerade nicht für realistisch, was wäre dann ein zweiter Schritt? Ja, man muss seine prozentuale Sparquote erhöhen. Wie kann man sowas machen? Ich würde immer empfehlen, zum Beispiel sowas wie einen Haushaltsplan zu führen. Das muss man jetzt nicht jeden Monat machen, aber dass ihr auf einmal den Status quo für euch ermittelt, dass ihr guckt, wie viel nehme ich dann wirklich monatlich netto ein und wofür gebe ich dieses Geld aus? Das ist ein Haushaltsplan, dass ihr halt einfach mal guckt, was kommt rein und was geht monatlich raus und was für einen Überschuss habe ich dann zum Monatsende. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 2.500 netto verdiene und ich gebe 2.000 Euro im Schnitt im Monat aus, dann habe ich einen Überschuss von 500 Euro und die könnte ich investieren. Und in diesem Zuge könntet ihr auch mal gucken, ob ihr diese Sparquote nicht einfach erhöhen könnt. Also ob ihr es dann auch schafft von 500 Euro Sparquote vielleicht auf 700 oder 750 Euro zu kommen, indem ihr eure Ausgaben ein bisschen besser kontrolliert. Dann geht es dann klar auch schneller, weil ihr halt einfach jeden Monat mehr Geld anlegen könnt. Ein dritter Punkt ist mehr Rendite erwirtschaften. So, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe jetzt gesagt, der MSCI World habe ich hier mit 7% angesetzt. Wenn wir uns zum Beispiel den S&P 500 langfristig angucken, dann kommt er so auf ungefähr 9-10% Rendite, was schon großen Unterschied macht. Die Leute, die hier unseren Kanal schon länger folgen, die wissen auch, dass da deutlich mehr möglich ist, sowohl im Investmentbereich, dass man da auch in den zweistelligen Renditebereich kommt oder auch, wenn man zum Beispiel solche Skates erlernt, was ich vielleicht dann auch als Nebenjob schon sehe, wie Trading. Also da sprechen wir auf unserem Kanal hier ja auch ganz viel drüber, wie man durch Trading zum Beispiel auch höhere Renditen erwirtschaftet. Das ist auch eine große Stellschraube. Also es macht wirklich einen großen Unterschied, ob ich jetzt 7% Rendite mache oder zum Beispiel 15%. Nur um das nochmal zu veranschaulichen, es gibt so eine 72er-Regel, die besagt, wenn man jetzt 72 durch die Rendite, die man erwirtschaftet, teilt, dann weiß man, wie lange man braucht, um sein Kapital zu verdoppeln. Jetzt zum Beispiel 72 geteilt durch 7% Rendite, wir brauchen 10 Jahre, um unser Kapital zu verdoppeln. Wenn wir jetzt auf 10% Rendite hochgehen, 72 geteilt durch 10, dann kommen wir auf ungefähr 7 Jahre, die wir brauchen. Also wir haben unsere Verdopplungszeit um 3 Jahre verkürzt, nur dadurch, dass wir 3% mehr Rendite machen. Und das setzt sich so weiter fort. Also wenn ihr anstelle von 10%, 12%, 14%, 15%, 16% Rendite macht, dann verkürzt ihr die Zeit hinten raus einfach enorm. Also das sind so die 3 Stellschrauben, die man angehen kann, um das Ganze zu beschleunigen. An der Stelle möchte ich jetzt hier auch mal so ein interaktives Experiment starten. Also ich würde mich freuen, wenn du an dieser Stelle teilnimmst. Und zwar, ich stelle jetzt eine Frage danach, kannst du kurz das Video pausieren und einen Kommentar da lassen. Ich habe zwei Fragen an dich. Möchtest du in deinem Leben Millionär werden? Und wenn ja, in wie vielen Jahren möchtest du Millionär sein? Pausier kurz an dieser Stelle das Video und schreib das bitte einmal in die Kommentare nochmal. Möchtest du Millionär werden? Und wenn ja, in wie vielen Jahren möchtest du Millionär sein? Okay, danke, dass du mitgemacht hast an dieser Stelle. Und jetzt gucke ich einmal hier mit euch zusammen, was sind denn die Bedingungen, um dieses Ziel zu erfüllen? Also jetzt einfach mal, wenn wir die Annahme treffen, ihr habt jetzt geschrieben, ich möchte das Ganze innerhalb von zehn Jahren erreichen. Dann habe ich euch jetzt hier eine kleine Hilfestellung gegeben, damit ihr euch einordnen könnt, was müsst ihr dann im Hier und Jetzt dafür tun, um dieses Ziel auch wirklich in der Realität umzusetzen. Weil Ziele zu haben ist das eine, aber man muss dann ja auch in die Umsetzung kommen. Und damit ihr hier erstmal so einen Richtwert habt, was sind denn hier so die Zielgrößen, die ihr erreichen müsst, damit dieses Ziel auch wirklich in die Realität umgesetzt werden kann, habe ich hier eine Tabelle für euch erstellt. Ich habe hier auf der einen Seite einmal eine Sparrate immer angesetzt von zum einen 500 Euro pro Monat, 1000 Euro pro Monat, 2000, 3000 und 5000 Euro pro Monat. Und das Ganze dann einfach mal gerechnet mit den Renditen von 7% im Jahr, 10% im Jahr, 12% im Jahr und 15% im Jahr. Und habe dann immer den Wert zugeordnet, wie viele Jahre brauchen wir mit einer bestimmten Sparquote und der dazugehörigen Rendite, um die Million zu erreichen. Wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, wir haben eine Sparquote von 500 Euro und wir legen im MSCI World zu 7% an, dann brauchen wir ganze 37 Jahre, bis wir die Million erreicht haben. Wenn man jetzt aber zum Beispiel gesagt hat, ich möchte das Ganze in 15 Jahren erreichen, dann muss man halt irgendwie was daran ändern. Dann muss man entweder mehr Rendite erwirtschaften oder man muss zum Beispiel die Sparquote erhöhen. Gucken wir uns jetzt zum Beispiel hier das Beispiel an. Ich habe eine Sparquote von 2000 Euro, die ich jeden Monat investiere und erwirtschafte 12% Rendite. Dann komme ich nämlich auf diese 15 Jahre. Dann ist es wirklich realistisch. Das ist ja einfach nur einfache Mathematik. Ich habe das hier in der Klammer auf- oder abgerundet, damit wir hier nur die groben Zeiträume haben. Genau. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas gesagt habt, ich möchte in 10 Jahren Millionär sein, da muss man schon ordentlich was für tun. Hier mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel eine monatliche Sparquote hat von 5000 Euro, die man investiert und 10% Rendite erwirtschaftet, dann schafft man es tatsächlich in 10 Jahren eine Million Euro anzuhäufen. Schreibt das an dieser Stelle auch mal in die Kommentare, was ist jetzt hier eure Zielgröße? Also wie viel ist jetzt euer Ziel im Monat wirklich anzulegen und welche Wunschrendite habt ihr auch, damit ihr euer Ziel dann wirklich auch in der Realität umsetzen könnt? Also das möchte ich hier zum Abschluss dann auch nochmal pausiert gerne an dieser Stelle. Die Frage, wenn ihr diese Tabelle habt, wo ordnet ihr euch jetzt hier ein? Also was für eine Sparquote wollt ihr haben und welche Rendite möchtet ihr erwirtschaften, damit ihr euer Ziel auch in der gesetzten Zeit, was ihr eben kommentiert habt, dann auch wirklich in die Umsetzung bringt? Okay, danke dafür, dass ihr auch das an dieser Stelle kommentiert habt. Damit beende ich auch dieses Video. Mir hat das Video hier viel Spaß gemacht, ist auch super spannend und ich hoffe auch, dass ihr einen Mehrwert daraus habt aus diesem Video. Wenn ihr einen Mehrwert in diesem Video gesehen habt, dann lasst gerne ein Like auf diesem Video da und abonniert auch den Kanal, wenn ihr das an dieser Stelle noch nicht gemacht habt.